und hallo ich bin zurück und zwar heute möchte ich was anspreche heute möchte ich nämlich was ansprechen welches intro haben wir heute unter diesem video in den kommentaren möchte eine abstimmung starten welches intro ihr besser findet das hier von mir das könnt ihr schon von mir das intro und ja das von fk gaming ihr findet da auch einen kleinen unterschied weil das ist halt 3d naja auch 3d aber das von fk gaming noch 3d ja wenn ich das mal so sage und ist halt viel cooler die musik und so und halt das ganze mit licht gedöhnt und so meint man dreht sich nehmen dann wach zittert das und dann dreht sich das am ende und dann geht's weg also wenn ihr für mein intro seit dann schreibt hashtag erstes intro wenn ihr für das von fk gaming seid und ich kann mich ja auch wieder umbenennen auf die die play dann schreibt zweites hashtag zweites intro ja und das war schon mit dem video von mir juxi ich war am start ich gehe vom start wir sagen ciao leute